Die zu veräußernde Ein-Einhalb-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Rottenburg. Die Wohnung wurde 1992 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 94.500 Euro. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.